Der französische Verband hat vor dem Hintergrund erwarteter Demonstrationen der Gelben Westen, mehrere geplante Fußballspiele abgesagt. Dazu zählt auch die für Freitag angesetzte Partie zwischen AS Monaco und OG Zeneza. Das Spiel sei auf Ersuchen der Regierung des Fürstentums Monaco und der Präfektur des Departements Alpes Maritimes abgesagt worden, teilte die LFP am Donnerstag mit. Auch ein ursprünglich für Sonntag angesetztes Spiel zwischen Assezien und Olympique Marseille ist verschoben worden. Die Liga äußerte sich zunächst nicht weiter zu den Gründen. Nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP sollen die für die Spiele vorgesehenen Polizisten aber stattdessen bei den Demonstrationen der Gelb Westen eingesetzt werden. Wegen der Proteste waren auch das für Samstag geplante Topspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem HSC Montpellier sowie die Partie zwischen Toulouse und Lyon verschoben worden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017